Hallo Minecraft! Ihr fragt euch jetzt bestimmt was ich hier so alleine auf dem Berg mache. Wieso da ein Ofen in der Luft schwebt, ein Crafting Table und weshalb da schon eine Kiste steht. Tja, das ist der Beginn von einem neuen Projekt und zwar habe ich mir gedacht ich binde endlich mal euch Zuschauer mit ein. Ja, so soll das hier sein. Tja, was da genau auf euch zukommt? Ich möchte hier ein Projekt starten mit Zuschauern wie gesagt, an dem ihr teilnehmen könnt und zwar aktiv auf dem Server. Ich möchte pro Woche ungefähr einen Spieler hier mit auf den Server holen. Außerdem sollt ihr, ihr die ihr zuschaut, die Möglichkeit haben, ja zu bestimmen wie der Server weitergeführt wird. Zum Beispiel sollt ihr bestimmen welche Mod Packs ich drauf machen soll, welche Mods ich spielen soll und dann werde ich gemeinsam mit den Usern, die hier mitspielen, eben hier einfach eine kleine Welt erstellen. Es ist erstmal alles nur Vanilla. Nach und nach kommen dann die Mods dazu. Tja und dann wird sich hier einiges verändern. Es werden ungefähr pro Woche wird ein Video am Anfang kommen. Viel mehr wird es erstmal nicht sein. Aber das soll auch reichen, damit wir genug Zeit haben, hier Dinge zu verändern. Ja, das ist auch schon alles und dann eben pro Monat habe ich mir gedacht, kommt ein Mod dazu, den ihr als Zuschauer euch aussucht. Das heißt, ihr entscheidet hier wirklich ganz besonders mit. Ihr sollt mitspielen. Ihr sollt mitentscheiden, was die Mod Packs angeht und ihr sollt einfach viel Spaß daran haben. Ja, das war es jetzt erstmal vom neuen Projekt, was ich euch erzählen wollte. Vielleicht habt ihr ja selber Lust mitzuspielen, dann schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht. Schaut in die Beschreibung von der Playlist oder von dem Video. Da findet ihr weitere Informationen. Und das war es erstmal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao Minecraft. Bis zum nächsten Mal.